So, Video-Tagebuch. Heute ist der... wie viel ist der heute? Der 4. Oktober 2008. Gestern habe ich kein Video-Tagebuch-Eintrag gemacht, weil nichts gewesen ist. Heute ist eigentlich auch nichts gewesen, aber irgendwas muss ich ja sagen. Heute war der letzte Arbeitstag. Morgen ist Sonntag. Ach doch, gestern war das bestimmt. Wir haben nämlich Süßkartoffeln gegessen. Die zur Kohle verbrennt waren. Die zur Kohle gegrillt waren. Wir haben sie einfach ins Feuer geschmissen mit einer Alufolie drumherum. Aber die Alufolie hat nichts gehalten. Und so sind die alle zur Kohle geworden. Haben aber trotzdem ganz gut geschmeckt. Heute ist nichts passiert. Arbeit gab es normal. Ja, ganz normal gearbeitet. Ja, eigentlich war es das auch schon wieder. Mal schauen. Vielleicht machen wir heute Abend noch was. Vielleicht auch nicht. Wenn, dann mache ich noch ein paar Videos. Ansonsten sage ich schon mal Tschüss. Und bis morgen oder so. Na? See ya. Like yщend. Na? 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 Na?